Ja, Moin und Willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir und in diesem Video gucken wir uns hier den täglichen Gegenstandshop an. Ja, wir haben ja gestern einige neue Skins bekommen oder Erntewerkzeuge auch dazu, aber heute wird der Shop nochmal komplett erneuert. Ich glaube, die zwei Sachen werden zwar bleiben, der Rest wird aber komplett neu kommen. Bleibt aber bis zum Ende dran, ansonsten nicht vergessen, meinen Creator-Code im Gegenstandshop einzugeben. Alle 14 Tage muss da neu eingegeben werden, sonst ist da keiner mehr drin. Und wenn ihr keinen drin habt, dann gebt doch mal bitte mich ein und unterstützt mich, es kostet euch wirklich gar nichts. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt an mit dem Video. Viel Spaß! Ja, und wir fangen mal wieder mit einem ungewöhnlichen Hängegleiter an und zwar Hyper. Für 500 V-Bucks kriegt ihr einen Hyper-Gleiter für den Fortnite. Finde ich, geht so, muss jetzt nicht unbedingt sein. Was hochfliegt, muss auch runter. Ist zwar die Beschreibung, aber ich finde das Ding jetzt irgendwie absolut nicht cool. Also es ist Geschmackssache, aber mir persönlich gefällt es jetzt nicht unbedingt. Aber wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr das heute im Shop gönnen. Ja Leute, es tut mir leid, wenn ich die ein oder anderen Versprecher habe. Ich bin so kranz müde und ich bin auch echt krank eigentlich. Aber ich quäle mich jetzt hier einfach mal durch. Taktik-Offizieren für 800 V-Bucks im Shop kann man sich natürlich auch gönnen. Ich glaube, der Skin war gar nicht mal so oft im Shop. Zehnmal bis jetzt und das letzte Mal vor 53 Tagen. Ja, wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr euch natürlich auch diesen Skin kaufen. Ich persönlich würde ihn mir jetzt vielleicht nicht holen. Mir gefällt er nicht, aber ist ja wieder Geschmackssache. Dann haben wir ein seltenes Erntewerkzeug und zwar Sternenstab für 800 V-Bucks. Finde ich cool. Mit zauberhafter Sternenmacht für 800 V-Bucks kann man sich das Ding natürlich gönnen. Finde ich sogar sehr speziell. Habe ich irgendwie so in der Art noch gar nicht gesehen. War bis jetzt zweimal im Shop und das letzte Mal vor 32 Tagen. Ich finde es cool und ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Dann haben wir die Gaunerin für 1500 V-Bucks. Und Tasche des Meisterdiebs für 1500 V-Bucks. Hatten wir aber auch schon des Öfteren im Shop. Also 11 Mal, zuletzt vor 15 Tagen, ist jetzt kein seltener Skin, würde ich mir jetzt vielleicht auch gar nicht kaufen. War schon sehr, sehr oft im Shop und mich persönlich spricht es auch irgendwie gar nicht mehr an. Aber wenn ihr noch V-Bucks braucht für diesen Skin, dann unten in der Videobeschreibung habe ich euch Xbox und PSN Karten verlinkt. Könnt ihr mich natürlich auch unterstützen. Und natürlich nicht vergessen, meinen Creator-Code einzugeben und mir das Ganze auf Instagram zu schicken, wenn ihr das gemacht habt. Dann haben wir nochmal ein Tagtraum-Emote in Fortnite. Ein episches Emote, war bis jetzt einmal im Shop und zwar vor 64 Tagen und heute zum zweiten Mal. Hört einfach mal kurz rein. Und das war es dann auch schon wieder. Tanz den ganzen Tag für 800 V-Bucks. Finde ich cool, kann man auf jeden Fall gönnen. Und einer der besten Sachen heute aus dem Shop. Dann haben wir hier nochmal ein neues Emote und das sieht einfach richtig komisch aus. Häschen-Hüpf für 500 V-Bucks, lege alle Eier in den einen Korb, also ist es ja auch Ostern. Und es ist ein Fortbewegungsmittel. Also ihr könnt wirklich damit so nach vorne hüpfen. Finde ich übel zu witzig. Hört einfach mal kurz rein. Und ich denke, das reicht auch schon wieder. Dann haben wir das Experten-Outfit für 1200 V-Bucks mit dem Techie-Rücken-Accessoire. Hackematik für 500 V-Bucks, heute nochmal im Shop. Und Papierflugzeug ebenfalls für 500 V-Bucks. Äh, für 800 V-Bucks. Dieses Papierflugzeug, also dieses Papierflugzeug würde ich mir sogar gönnen. Ich finde es einfach übelst witzig. Und dann kommen wir auch schon zum Neuen aus dem Shop. Und zwar Stahlkarotte für 800 V-Bucks. Leute, ich habe eben ein Video aufgenommen. Das soll morgen früh um 8 Uhr sozusagen oder 10 Uhr online gehen. Da habe ich so dieses geleakte Bundle hier gezeigt. Es tut mir wirklich leid, Leute. Denn ich habe das Video eben aufgenommen und jetzt ist das schon in den Shop gekommen. Ja, sehr ärgerlich. Aber die weiteren Infos aus diesem Video sind sehr, sehr wichtig. Also werde ich das trotzdem hochladen. Also schreibt bitte nicht in die Kommentare, ey, das Set gibt es jetzt schon im Shop. Ich weiß. Aber Stahlkarotte für 800 V-Bucks ist cool. Kann man sich gönnen. Finde ich sehr nice. Ernten, um zu ernten. Teil des Finsterhase-Sets. Und dazu gibt es natürlich passend den Finsterhasen für 1500 V-Bucks. Kommt direkt aus deinen Albträumen gesprungen. Teil des Finsterhase-Sets. Für 1500 V-Bucks kann man sich das Ding auf jeden Fall geben. Flappy, dieser Hase ist auf Abwege geraten. Teil des Finsterhase-Sets. Finde ich cool. Finde ich absolut geil. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Gönnt euch das. Und nicht vergessen natürlich meinen Creator-Code im Gegensatzjob einzugeben. Meta-8. Das war es von diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, lasst ein Like. Dann hat sich auch ein Abo dalassen, um in der Zukunft nichts mehr zu verpassen. Rund um Fortnite. Mehr als 50% meiner Zuschauer sind keine Abonnenten. Und kriegen meine Videos immer vorgeschlagen. Also gönnt einfach mal. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao und tschüss. Und bis zum nächsten Mal.